6. Februar 2009, 1070 Wien. Eigentlich kannte ich ihn. Ich nie eine Sehnsucht sucht nach dir, wie man so sagt. Aber was macht das schon? Denn so ist es einfach. Und ich bin zufrieden. Hier ist er am Freitag. Nachmittag im Bahnhof Restaurant. Robert Walser. 7. Februar. Hewisau. Kanto. Appenzell. Zell. Außer. Roden. Punkt. Es kann sein, dass Pferde über Gebühr zur Arbeit gezwungen werden. Zwungen werden. Zwungen werden. Bin ich ein Pferd? Fragezeichen. Eigentlich kannte ich nie Sehnsucht. Sehnsucht. Sucht nach dir. Wie man so sagt. Aber was macht das schon? Warum? Denn so ist es einfach. Und ich bin ein zufriedenes Pferd. Bahnhofsbuffet. Bahnhofsbuffet. 16 Uhr. in Herisau. Herisau. Punkt. Fräulein. Der Böckchen. Der Böckchen. Der Böckchen. Wirklich. Der Böckchen. Ersau. Vielen Dank.